Und Leute, nur mal kurz vorab, wenn ihr Kopf herabt, müsst ihr es auf ganz laut stellen, weil sonst hört man das nicht so gut. Nur mal kurz so zur Info. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dem Ask Tim-Video, was ich angekündigt habe. Ich habe meinen Finger geschnitten. Aber das ist scheißegal. Also die erste Frage kommt von WhatsApp. Die restlichen Fragen. Leider auch. In diesem Tag kamen leider keine Fragen, aber das ist scheißegal. Würdest du deine Haare wachsen lassen bis zu den Schultern oder länger? Also ich persönlich würde sie selbst nicht machen, denn ich finde sie gut, wie sie sind. Ja, Haare sind Haare und ich würde meine nicht länger wachsen lassen, das würde sie ein bisschen doof aufsehen bei mir. Halt auch. Jetzt zur nächsten Frage. Yee! Was würdest du eher essen? Verschimmelte Pizza oder verschimmelten Joghurt? Keine Ahnung. Keine von beiden. Tja, ist halt beide schlecht. Von beiden kann man, ich würde sagen, verschimmelte Pizza vielleicht. Genau, beiden beiden. Und schon passiert das. Weee! Und jetzt zur nächsten Frage. Wurdest du schon mal gemobbt? Also ich wurde bisher noch nicht. Ich wurde mal auf Warte. Ja, jeden Tag. So, jetzt zur nächsten Frage. Was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Fisch. Obwohl ich Fisch nicht mag. Finde ich jetzt ein bisschen dumm. Ich bin Sternzeichen Fisch, aber ich mag Motorräder. Und Brunnen. Was magst du an dir? Also ich mag an mir meine Zollhaare. Spaß. Ich mag an mir meine Sportlichkeit. Warte, ich bin gleich da. Oh, Pascal. Es kann doch ein bisschen länger dauern. Und ich mag an mir. Ich finde es cool, dass ich sehr groß bin, weil ich bin einigermaßen groß. Und ihr seid super klein. So, jetzt habt ihr es gesehen. Ist das ein Kaisi? Ja. Das war's, haben wir mit dem Video. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann sind wir... Oh, ich soll doch nicht immer so Abo-Geld machen. Oh, shit, der Kamera. Oh, fuck. So Leute, der Tim ist mal kurz weggegangen. Ja, ich, ich soll euch erstmal für ihn fertig machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das würde Tim und mich wieder freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann geht auf Abo, drückt die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn Tim ein neues Video hochlässt. Also Leute, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.